Wer hat die Dokumente? Es ist mein Projekt. 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 Der Architekt übernimmt das Projekt. Der Architekt übernimmt das Projekt. Wer hat die Dokumente? Der Architekt übernimmt das Projekt. Der Architekt übernimmt das Projekt. Der Architekt übernimmt das Projekt. Die Beiträge sind zu hoch. Es läuft ein Wettbewerb. Der Architekt übernimmt das Projekt. Der Architekt übernimmt das Projekt. Der Architekt übernimmt das Projekt. Welche Erklärung ist besser? Erklärung ist besser. Der Architekt übernimmt das Projekt. Das Projekt wird der Architekt übernimmt das Projekt. Der Architekt übernimmt das Projekt. Das Konzept ist von gestern. Danke für deine Erklärung. Kein Zeichen davon? Das ist das Zeichen. Kein Gutes Zeichen für Die Öffentlichkeit Ich mag Ihre Meinungen. Ich mag Ihre Meinungen. Der Titel wird hier vergeben. Ich mag Ihre Meinungen. 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 Ich mag Ihre Meinungen.